Ich will dich zurück. So etwas liegt mir nicht. Ich wollte es nie nochmal versuchen. Lass uns essen gehen. Okay, gut. Ich gehe mit dir essen. Denn ich habe Hunger. Aber wir werden nur reden. Dann musst du schon schneller sein, Gray. Was willst du, Anastasia? Keine Regeln. Keine Geheimnisse. Zieh ihn aus. Du bist bist ein ganz freundes. Ich bin dein ganz freundes. Du bist dein ganz freundes. Du bist ein sehr freundes. Ja. Dein Freund hat einen gewissen Ruf. Willst du dich einsperren lassen oder respektiert werden? Denkst du, du bist die erste Frau, die versucht hat, ihn zu retten? Baby, you got me, 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 got me, got me, got me, got me. Wenn dir etwas zustoßen würde, könnte ich mir das niemals verzeihen. Oh, no, no.